Äh, nee, ich wollte... Ich dock mal da hinten an. So. Ein bisschen weird. Äh. Nee. Ein bisschen weird. So. Äh, nee, warte, warte, warte. Oh Gott, ist das nervig. Kann ich da irgendwie... Nee. Ich guck mal, ob ich da irgendwie raufkomme. Das, ähm... Ist dann doch so eine Sache jetzt gerade... Nee, das muss geklärt werden. Ach so. Das sind die Schwäne. Wow. Oh, ich muss gerade nur aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Ich meine, notfalls falle ich ins Wasser. So, warte mal. Machen wir das mal von hier... Bis... Ja, den... Der nicht reagiert. So, jetzt hat er reagiert. Naja, genau. Okay. Oh. Ja, jetzt hat er reagiert. Mei, 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 ist das kompliziert. So. So. Ist das jetzt etwas besser? Also, es sieht besser aus. Frage ist nur, wie das... Halt... Das machen wir mal eben fertig. Sieht das dann hier wenigstens jetzt so gut aus? Ja, es ist zumindest besser wie vorher. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das eine komplizierte Bauweise. Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sind es nur noch ein paar mehr. 40 Stück. Ja, egal. Halt, ich hatte doch... Ich sehe gerade einmal, einmal, einmal. Ich habe so viel an... Felssocken gesammelt. Dass ich gar nicht... Boah. Dass ich gar nicht weiß, wohin damit. Und ich könnte schon wieder was essen. Der ist aber vorher, glaube ich, nicht gewachsen, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Ähm... Ja. Höhenakkuinen können wir jetzt auch demnächst machen. Ich will aber gleich erstmal was essen. Das noch fertig kriegen. Ich will jetzt sehen, dass ich hier auch mal... ... ein fertiges Haus kriege. Eigentlich wollte ich das nicht, aber... Ja, gut. Ähm... Geht dann doch nicht anders. Dann wird das halt da oben... ... ein Ausguck mit, äh, Steinen. Fertig. Jo. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich. Hier sind auch schon wieder so viele Bäume nachgewachsen. Die möchte ich auch am liebsten gleich. Und das mache ich, glaube ich, auch gleich. So. Das werde ich, glaube ich... ... auch gleich machen. Denn... Ich habe gedacht... ... werde ich die gleich mal mitmachen. Okay. So mit einer Hand, ne? So mit Herkules. Ist eigentlich gar nicht möglich, aber... Oh. Oh Gott. Ja, komm. Ich nehme dich mal hier mit. Das warst du. So. Dann haben wir wieder welche. Mit ein bisschen nicht, wenn es geht. Ähm... Oh, das war ein Hauser. Verjagt. Ich habe übrigens ein bisschen an die Nicht-Verhältnisse gebastelt bei The Forest. Deswegen hoffe ich, dass es einigermaßen jetzt geht. Mensch, hat mich da noch nicht verjagt. Dass wir dann auch in den Höhen besser sehen, weil es ist doch blöd gewesen. Und das habe ich ja oft genug wiederholt, dass es einfach zu dunkel war. Sobald die Dingson aus war, das Feuerzeug hat man nichts mehr gesehen. Und das wollte ich nicht, weil das war Mist. Und deswegen habe ich dann rumgefallen. Es ist noch nicht optimal, finde ich. Aber okay, es ist für die Aufnahme in Ordnung. Das habe ich kontrolliert. So, dann wollen wir das mal fertig machen. Dann muss ich mal gucken. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich einen hochbauen. Auch meine Wand hochbauen. Und dann haben wir halt eine Höhen. Ich setze mich mal kurz hin, dass wir mehr Ausdauer haben. Aber ich finde unser Pavillon immer noch sehr nett. Schick. Passt hier rein. Macht was her. Was wir noch haben müssen, ist ein Schlafplatz. Dass wir schlafen können hier. Und nicht immer da runterlaufen müssen. Das ist doch auf der Dauer ein bisschen nervig. Ich würde aber sagen, ich gehe glaube ich auch wirklich nochmal schlafen. Weil vielleicht sind bis dahin die Bäume nachgewachsen. Also ausgewachsen eventuell. Das wäre echt gut. Das wäre echt gut. Schade. Ich habe gedacht, den kriege ich vielleicht noch. Aber wir können auch gar nicht schlafen. Oh, okay. Na gut. Dann ist das so. Dann nehmen wir uns auch mal das leckere Stück, das Fleisch. Und einmal. Ja, dann werden wir doch noch ein bisschen in der Nacht arbeiten. Na gut. So, haben wir ein paar Stecker. Aber den könnte es wenigstens riechen, wenn wir schon nicht schlafen können in der Nacht. Den Gefallen könnte man uns ja geben. Gefallen oder wie auch immer. Also das will ich auf jeden Fall noch mit einzäunen, das Dorf. Vielleicht klappt das. Ich muss da schauen. Das wäre cool. Und dann müssen wir vielleicht mal gucken, wie es Timmy geht. Dann müssen wir mal schauen, wie es Timmy geht. Wir haben schon wieder Durst. Ich glaube nicht, dass wir Musik haben, oder? Aber dann können wir, glaube ich, nicht weitermachen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so ein Worki-Tonki haben wir noch nicht, oder? Aber doch. Aber wir haben schon Kassetten. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir Kassetten haben. Ja, noch können wir da hochspringen. Achso, ich wollte ja... Ich wollte ja was trinken. Sollte ich eventuell machen. Das Wasser muss ja eh noch... dann kann ich in der Zeit noch die letzten beiden machen und hoffe, dass ich dann eine Wand da hochziehen kann. Dann kommt da oben halt Garten hin. Fertig. Dann kommt oben Gartengewächs. Fertig. Machen wir da oben noch ein kleines Ding hin, dann kommt man da hoch und dann fertig. Ja, das passt. So. Ah, sehr schön. Da zeig ich nicht. Es ist was zu fressen. Ähm. Können wir jetzt noch was sehen in der Nacht? Entschuldigt. Mein Näschen hat gejuckt. So. Wir schauen mal, ob wir jetzt schlafen gehen können. Ich schaue mal, da ist auch noch nichts in der Falle reingegangen. Ne, also können wir noch gar nicht. Äh, jetzt ist was reingelaufen. Reloaden wir mal eben. So, du kommst mal mit. In der Hasenfalle, die nicht funktioniert. Äh, im Hasenkäfig, der nicht funktioniert. Warum auch immer. Ich steck dich mal da rein, so. Na gut. Ich kann ja nix machen. Hm? Hm. Hm. Ah, mir juckt das Näschen. Und ich weiß nicht, warum. Huch. Ich weiß nicht, warum mir mein Näschen juckt. Das werde ich nicht herausfinden. Ich muss schon wieder was essen. Ich hab schon wieder Hunger. Der hat aber auch einen Kohledampf, der Typ, ne? Da geht's auch. Das ist okay. Aber es wird. Es wird. Ich weiß gar nicht. Ich glaub, für das Bett brauchen wir Reefell. Für das Bett brauchen wir, glaub ich, Reefell. Denn wieder was futtern und... Naja, heute wohl nicht schlafen. Schade, dass man bei The Forest nicht irgendwie das machen kann, wie lange man schlafen will. Das wär cool. Aber das geht nur bei Green Hell, hab ich gesehen. Bei Green Hell, das Spiel, da geht das. Da kann man das einstellen, aber das ist auch, ähm, dementsprechend etwas, äh, survival-mäßiger, ne? Da muss man auf alles achten. Cholesterin, Kohlenhydrate, etc. pp. Ich hab's auf dem, mein etc. pp, ne? Das ist ein schönes Wort. 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 Ich hab's dich gez enfer月. Do� 7-3ile item. Das ist ein schönes Wort. Ich habe mich nicht ans ku ringed. Bis zum nächsten Mal.